Oh Wow! Der Ernährungspodcast für Vielbeschäftigte. Hier geht es darum, wie du dich spielend leicht im Alltag gesund und pflanzlich ernähren kannst. Und das trotz Zeitmangel und Stress. Ich bin Svenja. Ich bin Isabel. Und zusammen sind wir Oh Wow! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Oh Wow! Podcasts. Hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns mega, dass du wieder reinschaltest. Und heute ist ein richtig tolles Thema, was uns ganz besonders am Herzen liegt an der Reihe. Genau, also ihr wisst ja oder vielleicht auch noch nicht, deshalb wiederholen wir das nochmal. Wir beides, Svenja und ich, haben in der Vergangenheit Kochkurse gegeben, Kochworkshops veranstaltet und Caterings angeboten. Und da haben wir immer wieder mit den Menschen gesprochen und ein Thema, also natürlich in Bezug auf die Ernährung, was da die Probleme sind. Und ein Thema, das kam immer, immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch. Und zwar Heißhunger. Insbesondere Heißhunger auf Süßes. Das kennst du sicherlich auch. Wir beide kennen das auch. Allerdings hat sich das in den letzten Jahren bei uns verändert, denn wir haben da ein paar Tipps und Tricks, wie das nicht mehr so häufig auftreten muss, kann, wie auch immer. Und genau deswegen geben wir dir heute richtig tolle Tipps und Tricks auf die Ohren, wie du zukünftig deinen Heißhunger auf Süßes stillen bzw. reduzieren, minimieren kannst. Und wir freuen uns tierisch, denn jetzt geht's los. Genau. Und ganz wichtig auch noch an dieser Stelle, wir sagen dir nicht nur, wie du das minimieren kannst oder reduzieren, sondern auch, wie du reagieren kannst, wenn dann doch mal der Heißhunger auf Süßes vorbeikommt. Und da legen wir jetzt zusammen los. Ganz wichtig, bevor wir jetzt zu den Tipps und den Tricks kommen, erstmal, was bedeutet Heißhunger überhaupt? Also was passiert da in unserem Körper, wenn wir Heißhunger haben und insbesondere Heißhunger auf Süßes? Also, wir kennen das ja alle, du hast plötzlich tierisch Lust auf was Süßes und vielleicht greifst du dann sofort zum Süßigkeitenschrank, zur Süßigkeitenkiste und bedienst dich jetzt daran. Das ist natürlich, wir wissen alle, das ist natürlich nicht gesund, weil in diesen Süßigkeiten sehr, sehr viel Zucker und andere Zusatzstoffe drin sind. Aber jetzt möchten wir erstmal klären, warum hat unser Körper überhaupt Heißhunger? Warum haben wir Lust auf etwas Süßes? Und es ist so, wenn wir Heißhunger haben, dann bedeutet das, dass sich unser Körper in einer Notsituation befindet, weil der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist. Das heißt, er benötigt in diesem Moment, wenn du richtig Heißhunger hast, richtig schnell Energie. Und zuckerhaltige Lebensmittel, wie eben Süßigkeiten, die liefern ganz schnell Energie, aber das ist natürlich nicht besonders gesund. Und außerdem gewöhnt sich auch dein Körper daran, dass er dann in so einer Situation immer ganz schnell viel Zucker bekommt und verlangt dann danach. Also das sind dann sozusagen schlechte Routinen, die sich dadurch aufbauen. Genau, weil ein hohes Maß an Glucose wirkt sich nachteilig auf deine Figur aus und was natürlich viel bedenklicher ist, auf deine Gesundheit. Weil zu viel Zucker erhöht das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das will keiner von uns bekommen. Und deswegen legen wir jetzt los mit den Tipps, was du bei Heißhunger auf Süßes tun kannst. Beziehungsweise wie du dem vorbeugen kannst. So, dann fangen wir auch schon an mit dem Tipp Nummer 1, das ist Ernährungsgewohnheiten überprüfen. Das ist ganz wichtig, einfach mal sich selbst zu beobachten, wann bekomme ich Heißhunger auf Süßes? In welchen Situationen? Ist das vielleicht auch, wenn ich sehr gestresst bin, weil ich dann irgendwie vergesse zu essen? Wie reagiere ich, wenn ich Heißhunger bekomme? Denke ich dann, wo ist der Süßigkeiten-Schrank? Wo gibt es hier Schokolade? Oder ja, was mache ich dann? Passiert mir das häufig im Supermarkt, dass ich da irgendwie mit Hunger schon reingehe und deshalb viele ungesunde Dinge kaufe? Also das sich einfach mal überlegen, vielleicht auch mal aufschreiben und ja, in diesem Zusammenhang möchte ich auch schon mal jetzt an dieser Stelle die Ernährungs-Challenge euch ans Herz legen. Das ist eine Ernährungs-Challenge, eine vier-tagige Videoserie, die Svenja und ich entwickelt haben. Und da gibt es an Tag drei einen Ernährungs-Guide mit 35 Seiten und davon sind auch einige Seiten Arbeitsblätter und die können dir dabei helfen, solche Dinge wie Situationen, in denen ich besonders häufig Heißhunger bekomme, aufzuschreiben. Und wie gesagt, die können wir dir nur ans Herz legen, dich da anzumelden und das ist dann alles in den Shownotes verlinkt, aber da gibt es dann später auch nochmal detailliertere Informationen. Genau und richtig gut, dass du es mit dem Arbeitsblätter nochmal sagst. Die kannst du nicht nur ausfüllen auf deinem PC, sondern auch ankreuzen. Also weil wir wissen alle, klar ist es schlecht, in Anführungsstrichen Heißhunger zu haben oder zu naschen, aber Ernährung generell, gesunde Ernährung ist so ein emotionales Thema. Also wir essen so oft, das sagen wir ja auch immer wieder, um uns zu belohnen, weil wir traurig sind, weil wir einen vollen Tag auf der Arbeit hatten oder uns einsam fühlen oder Liebeskummer haben oder, oder, oder. Aber Essen steht immer mit Gefühlen im Zusammenhang und deswegen haben wir in der Ernährungs-Challenge die Arbeitsblätter für dich erstellt, dass du dich fragen kannst, in welchen Situationen tritt überhaupt Heißhunger auf. Nur so kann man nämlich etwas ändern. So, dann kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 2. Der steht auch im Zusammenhang mit dem ersten Tipp. Und zwar ist es regelmäßig Essen. Und wie ich ja gerade schon meinte, häufig tritt dir Heißhunger auf. Wie gesagt, beobachte das bei dir selbst. Wenn man vergisst zu essen, vielleicht weil man viel arbeitet, weil man am PC sitzt. Also ich kenne das selbst. Ich muss mich da wirklich einmal so, Moment mal, jetzt hol dir was zu essen. Und dann, klar, wenn man dann plötzlich Heißhunger bekommt, weil einem die Energie fehlt, dann greift man ja häufig zu was Süßem. Und da ist es ganz wichtig, regelmäßig zu essen. Und ein Tipp an dieser Stelle, weil wir gerade von PC-Arbeit gesprochen haben. Stell dir einfach mal ein Schüsselchen mit zum Beispiel Studentenfutter neben dem PC und iss ab und an eine Nuss. Also das hilft schon, um einfach den Energiehaushalt hochzuhalten und nicht in Versuchung zu kommen, dann auf Süßigkeiten zuzugreifen. Genau. Und wie du meintest gerade, Isa, regelmäßig Essen, da kommt der Trend des Mealpreps ja sehr gut zum Tragen. Das heißt, nimm dir dein Essen selbst mit auf die Arbeit oder für unterwegs in der Bahn. Investier am Abend ein paar Minuten, wirklich, es sind nur ein paar Minuten, und nimm dir dein Essen mit. So kannst du sicherstellen, dass du regelmäßig isst, dass du gesund isst und ganz wichtig, dass deine Nährstoffe abgedeckt sind, was auch im direkten Zusammenhang mit Heißhunger steht. Weil ich merke das selber, wenn ich nicht regelmäßig esse oder wenn ich unausgewogen esse in stressigen Phasen, dann habe ich viel mehr Lust und Heißhunger auf Süßes. Also da kannst du mega gut schon vorbeugen. Insbesondere Frühstück geht ganz, ganz einfach vorzubereiten. Wir preisen da immer die Overnight Oats an. Also auf Deutsch ist das eigentlich vielleicht etwas unisexier, die, also ein Glas voller Hafer schneiden. Genau. Und da weicht man sich einfach am Abend Haferflocken ein mit Pflanzenbrink zusammen und dann eben noch mit leckeren Nüssen, Obst zum Beispiel, was auch richtig lecker ist, Erdnussmus da noch rein. Und das stellt man dann einfach über Nacht in den Kühlschrank und am Morgen, wenn es ganz ratzfatz gehen muss, einmal zu dem Glas gegriffen mitnehmen, in der Bahn vielleicht essen. Das haben wir auch häufig schon gemacht. Das ist super. Oder direkt morgens damit starten. Und das gibt dir richtig viel Energie. Und das ist ja auch eine kleine Süßigkeit, aber eben eine gesunde Süßigkeit. Und klar, bei dem Namen Haaferschleim, da denke ich jetzt auch nicht, juhu, ich esse gerne Haaferschleim. Aber deswegen nenne ich es manchmal eben Overnight Oats oder, wie sage ich sonst, nächtigende, nee, schlafende Haferflocken. Ausgeruhte. Ausgeruhte Haferflocken, weil die im Kühlschrank ja eine Nacht ruhen dürfen, schlafen dürfen. Und wenn ich sie dann morgens auf dem Weg zur Arbeit schnell aus dem Kühlschrank nehme, sind diese Haferflocken, wie ich hoffentlich auch, ausgeruht und haben gut geschlafen. Deswegen lass dich nicht von dem Haaferschleim-Namen abschrecken und versuche es auf jeden Fall. Und in unserer Ernährungs-Challenge haben wir auch die genauen Mengenangaben für Overnight Oats für dich. Also ein Frühstück von drei Tagen sind da die Overnight Oats. Gut, dann kommen wir auch schon zum nächsten Tipp und zwar Clean Eating. Oh ja, das ist super. Wir erzählen nochmal ganz kurz, was Clean Eating, also saubere Ernährung, sauberes Essen ist, weil wir das Konzept richtig lieben. Also Clean Eating bedeutet, versuche möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu essen. In 80% der Fälle. Also was wären cleane Lebensmittel? Eigentlich alles, was du so in der Natur findest. Sprich, Obst und Gemüse ist clean, weil dort keine Zusatzstoffe drin sind. Und was wäre jetzt ein nicht-cleanes Lebensmittel? Zum Beispiel eine Fertigpizza, eine Aufbackpizza. Weil wenn du einen Blick auf die Zutaten wirfst, dann sind da bestimmt mindestens acht verschiedene, wenn nicht sogar mehr, mindestens acht verschiedene Zutaten, die man in vielen Fällen weder versteht, noch irgendwie aussprechen kann. Das heißt, greife hauptsächlich zu unverarbeiteten Lebensmitteln mit möglichst wenigen Zutaten. Und da lohnt sich immer ein Blick auf die Zutatenliste. Und was dieses Clean Eating Konzept so alltagstauglich macht und für uns vier Beschäftigte so genial, ist eben diese 80-20-Regel, die ich gerade schon angedeutet habe. Das heißt also, diese Regel nimmt den Druck raus, weil es reicht schon, 80% deiner Zeit clean zu essen, unverarbeitet zu essen und dann kannst du auch sehr gut und gerne 20% überhaupt nicht über Ernährung quasi nachdenken und dir alles gönnen, was du möchtest, weil du ja in 80% der Fälle dich super ausgewogen ernährst und weil dein Körper so mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt wird. Und jetzt habe ich gesagt, in 20% der Fällen dir was gönnen. Also wir gönnen uns auch was in den 80% der Fällen. Aber ich nenne dir jetzt mal ein Beispiel für die 20%. Das ist zum Beispiel, als wir jetzt in Berlin waren, da gibt es natürlich viele tolle, aufregende, vegane Restaurants oder Restaurants, wo es tolle Gerichte gibt. Und das sind dann natürlich auch Burger, Donuts, alles Mögliche. Alles Mögliche. Genau. Genau. Aber da das ja bei 20% der Fälle in 20% unserer Zeit nur vorkommt und weil wir so entspannt mit unserer Ernährung umgehen können, weil wir in 80% der Fälle gut, lecker und ausgewogen essen, ist unser Körper, das Grundgerüst unseres Körpers, mit Nährstoffen versorgt. Also, wenn wir jetzt nochmal zum Heißhunger gehen und wie wir diesen von vornherein mindern können, dann orientiere dich doch auch mal am Clean Eating Konzept. Wir können es dir wärmstens empfehlen. Den nächsten Tipp, den wir dir geben, wenn du Heißhunger auf Süßes hast, ist generell eiweißhaltige Kost zu essen. Welche Lebensmittel könntest du da zum Beispiel essen? Versuche mal Erbsen in deinen Speiseplan zu integrieren, Linsen, also generell alle Hülsenfrüchte, die du dir vorstellen kannst. Ich finde auch super, morgens zu frühstücken Sojajoghurt, der ist auch reich an Eiweiß, Tofu natürlich auch aus der Sojabohne oder mein persönlicher Favorit ist Erdnussbutter. Natürlich sprechen wir hier wie immer von Erdnussbutter, die so 100% aus gerösteten Erdnüssen besteht. Also ohne Zucker, ohne Palmöl oder anderen Killefits, den man überhaupt nicht in einer Erdnussbutter braucht. Also es ist eine cleane Erdnussbutter. Das ist auch ein gutes Beispiel für Clean Eating. Weil eine Zutat, Erdnüsse und fertig. Genau. Und eine Zutat, die man auch versteht und kennt, Erdnüsse. Und jetzt überrasche ich dich vielleicht, wenn ich sage, Erdnussbutter, wie viel Eiweiß in Erdnussbutter sind. Auf 100 Gramm Erdnussbutter haben wir und kommen wir auf, sagen und schreibe, 25 Gramm Eiweiß. Wenn das nicht mal ein Grund ist, um sich Erdnussbutter in die Overnight Oat zu machen oder aufs Vollkornbrot zu schmieren oder als Erdnusssoße zu einem asiatischen Gericht oder, oder, oder. Also wir kommen auch gleich nochmal zu gesunden Naschereien und da kommt dann auch nochmal die Erdnussbutter ins Spiel. Also nächster Tipp war, möglichst Lebensmittel zu integrieren, die reich an pflanzlichem Eiweiß sind. Ja und wie ich hatte es ja gerade schon angesprochen, gesunde Naschereien. Das ist der nächste Tipp. Und zwar, wenn dann doch der Heißhunger auf Süßes kommt, dann ist es natürlich ganz wichtig, den möglichst gesund zu befriedigen. Und da kann ich dir wirklich auch nur ans Herz legen, nimm doch mal eine Zartbitterschokolade statt Vollmilchschokolade oder wie auch immer. Weil bei einer Zartbitterschokolade ist es so, dass der Kakaogehalt so hoch ist, dass er den Zuckergehalt übersteigt. Und das ist natürlich die gesündeste Schokolade, die du somit bekommen kannst. Und tunk dieses Stück Zartbitterschokolade, meinen Erdnussmus. Wir haben das schon in den vergangenen Folgen angepriesen und wir werden es heute wieder tun, weil wir einfach so was von überzeugt von diesem Snack sind. Das ist echt, also wirklich saulecker. Also unbedingt mal ausprobieren. Absolut. Und du merkst auch direkt, wenn du eine Tafel Schokolade, Vollmilchschokolade kaufst, da ist ja dann Milchpulver und Zucker. Und man kann ja locker und gerne eine ganze Tafel Schokolade essen, weil man gar nicht merkt, ich bin jetzt okay. Oder der Körper gibt gar nicht das Signal, okay, du kannst jetzt aufhören. Aber mit einer Zartbitterschokolade, sprich wenn die Kakaomasse vor Zucker steht bei den Zutaten, dann, also ich als Schokoladenliebhaberin, schaffe es, wenn es gut läuft, eine, wie heißt das, eine? Eine Reihe. Eine Reihe und meistens nur die Hälfte davon. Und dann sagt mein Körper, danke Svenja, das war genug, wir sind jetzt in Ordnung. Also versucht das auf jeden Fall mal. Auch lecker schmeckt zum Beispiel Banane mit Erdnussbutter und Kakao oder Zimt drauf. Also das ist auch ein mega gesunder, leckerer Snack bei Heißhunger auf Süßes. Der nächste Tipp, den wir dir bei Heißhunger auf Süßes geben, beziehungsweise wenn du diesen minimieren möchtest, reduzieren möchtest, sind die guten alten Bitterstoffe. Warum sage ich gut und alt? Erstens, sie sind gut, weil gesundheitsförderlich, super genial bei Heißhunger auf Süßes und alt, weil aus Gemüsesorten die Bitterstoffe rausgezüchtet wurden, weil wir Menschen einfach auf milderen Geschmack eher abfahren als auf Bitterstoffe. Ja, gerade in den westlichen Kulturen insbesondere. Genau und das heißt wiederum, dass wir heutzutage diese Bitterstoffe gar nicht mehr gewohnt sind, weil wenn wir im Supermarkt einkaufen, du kennst das selber, da ist in sehr, sehr vielen Produkten Zucker zugesetzt, wo man gar keinen Zucker vermuten würde. In Senf, in Ketchup, Kidneybohnen. In Kidneybohnen, wir haben mal bei einem Supermarkt den Test gemacht und da waren von drei Kidneybohnen vorgekochten nur ein Produkt ohne Zucker. Also da lohnt sich immer wieder der Blick auf die Zutatenliste. Das ist auch wieder ein super Beispiel für Clean Eating, beziehungsweise nicht cleanes Eating. Wenn man sich eigentlich was Gutes tun will, eine Hülsenfrucht kaufen möchte, weil die ja auch, wie wir gerade schon erfahren haben, sehr proteinhaltig ist und man denkt sich so, ja, ist ja super, dann hole ich mir das und dann ist da Zucker drin. Das ist natürlich total kontraproduktiv, aber ja, ist eben in sehr vielen Lebensmitteln heutzutage einfach drin. Genau und dieser versteckte Zucker führt eben dazu, dass unsere Geschmacksnerven abstumpfen und das führt dazu, wenn wir heutzutage Bitterstoffe tatsächlich noch konsumieren und zu uns nehmen, essen, dann mögen wir das nicht. Dann verziehen wir das Gesicht, weil wir es einfach nicht mehr gewöhnt sind. Und wir geben dir den Tipp, als Tipp gegen Heißhunger auf Süßes, konsumiere doch mal Bitterstoffe, weil schon Hildegard von Bing hat die Bitterstoffe eingesetzt für die Gesundheit und das Wohlbefinden und gerade in Heißhunger auf Süßes ist das super genial. Also, wo drin sind Bitterstoffe heutzutage? Zum Beispiel, ich nenne jetzt ein paar Beispiele und für Rezepte weißt du ja immer, entweder auf www.ohwow.net haben wir Rezepte für dich oder auf Instagram ohwow-net oder in unserer Facebook-Gruppe ohwowfoodfamily und da findest du auch immer Rezepte von uns. So, und jetzt kommen wir auch schon zu den Lebensmitteln, die sehr, sehr viele Bitterstoffe beinhalten. Svenja, hau raus! Also, Rucola, Rucola hat super Bitterstoffe, das wirst du auch wissen. Ganz viele mögen ja kein Rucola und ich glaube persönlich, dass das an den Bitterstoffen liegt. Aber wenn man mal sich daran wagt und es auch mal öfter isst, dann ist Rucola genial, weil es eben Bitterstoffe, die so gesund sind, enthält. Ein weiteres Lebensmittel, was jetzt nicht so im Supermarkt zu finden ist, aber was du vielleicht mal auf deinem Sonntagsspaziergang pflücken könntest, ist Löwenzahn und Gänseblümchen. Wenn du die mal isst, nachdem du sie abgewaschen hast, dann sind die auch super gesund. Lecker und Wildkräuter wie der Löwenzahn sind eh der Knüller von gesundheitlicher Perspektive. Ja, da einfach mal ein bisschen ausprobieren. Also, der Körper, der gewöhnt sich dann auch wieder an die Bitterstoffe. Das ist einfach, ja, wie Svenja ja meinte, in so vielen Lebensmitteln ist halt Zucker drin und daher stumpft das so ein bisschen ab. Aber, ja, wenn man das häufiger konsumiert, dann gewöhnt man sich eben auch wieder an den bitteren Geschmack. Genau. Und jetzt denkst du, ja, ich habe gar keine Zeit für Spaziergänge und mir da meine Bitterstoffe in der Natur zu pflücken. Da kann ich dich beruhigen. Ich sage jetzt noch mal ein paar Lebensmittel, die es im Supermarkt, je nach Saison natürlich, aber gibt. Das ist zum einen Rosenkohl, Chicorée. Kennst du? Den kennst du bestimmt auch. Der ist ja im Supermarkt immer und der darf ja nicht an das Licht. Und daher ist der im Supermarkt immer unter so einer, wie so eine kleine Klappe versteckt, zum Beispiel im Bio-Supermarkt. Und jedes Mal, wenn wir dann dort sind, sage ich dem Chicorée immer Hallo. Einmal kurz die Klappe hochgehoben und gesagt Hallo, weil der ist ja da ganz alleine unter seiner Klappe. Das ist natürlich sehr traurig. Genau. Aber Spaß beiseite. Also Chicorée ist auf jeden Fall super bitterstoffhaltig und deshalb unbedingt mal ausprobieren, wenn dir das schmeckt. Und wie gesagt, bei manchen ist es halt so, die mögen das überhaupt nicht. Aber da einfach mal ein bisschen rumprobieren, ausprobieren. Und dann habe ich noch ein Lebensmittel für dich. Das ist Mangold. Also greif doch öfter mal zum Mangold. Und dann hast du auch die Bitterstoffe. Und wer sagt aber, dass das alles nur essbare Bitterstoffe, der hat sich getäuscht, weil im grünen Tee sind ebenfalls Bitterstoffe enthalten, die super bei Heißhunger auf Süßes sind. Also wir können dir nur empfehlen, greife zu Lebensmitteln, die Bitterstoffe haben. Und einen kleinen Tipp und Trick. Wir haben auch im Alltag keine Zeit, quasi uns Löwenzahn oder Gänseblümchen zu pflücken. Und deswegen schau dich mal um. Im Supermarkt oder in Drogeriemärkten gibt es mittlerweile grüne Pulver. Also wir selbst sind große Fans von einem grünen Pulver, wo ganz viele Wildkräuter drin sind. Und die geben wir einfach in unseren Smoothie oder Shake und haben dann quasi die Bitterstoffe ohne den Wanderausflug in die Natur und uns die Bitterstoffe zu pflücken. Genau, Gerstengraspulver ist auch noch so ein Beispiel. Gibt es ja auch häufig in der Drogerie. Und das könntest du auch mal drunter mischen. Aber an dieser Stelle sei gesagt, es ist überhaupt nicht notwendig. Sich da jetzt irgendwie mit Pulvern einzudecken, das nicht. Aber wenn du jetzt sagst, es ist irgendwas, was für mich alltagstauglich ist, ich kann meinen Pulver in Joghurt mischen oder in Smoothie oder sonst wo rein, dann ist das auf jeden Fall auch eine Alternative, die wir dir anbieten können. Weil wir haben damals in unserer Master-Arbeitszeit, wenn wir morgens dann irgendwelche Termine hatten oder ganz schnell aus dem Haus mussten, haben wir uns mit diesem grünen Pulver und einer Pflanzenmilch einfach in so einem Shaker den Shake zusammengerührt. Und das war wirklich ein Frühstück, sage ich jetzt mal, weil da auch Protein, Erbsenprotein, glaube ich, drin ist. Da ist man erstmal für ein paar Stunden satt und vor allem mit Bitterstoffen versorgt. Man gewöhnt sich wirklich mit der Zeit dran. Am Anfang ist es gewöhnungsbedürftig. Es kommt darauf an, wie viel so bitteres Gemüse du vorher gegessen hast. Aber da kann man sich gut und gerne langsam ranwagen. Und du wirst dich echt wundern. Oder uns hat es echt überrascht, wie unsere Geschmacksnerven sich verändern mit der Zeit. Also unser Tipp ist, isst doch mal mehr Bitterstoffe. Versuch das doch mal, wag dich da mal ran, trau dich. Und dann sind wir guter Dinge, dass das klappt. Genau. Und jetzt kommen wir noch zum allerletzten Tipp. Und zwar die Ernährungs-Challenge. Ich hatte das ja anfänglich schon erwähnt. Und da möchten wir einfach nochmal drauf eingehen. Und zwar haben Svenja und ich eine richtig, richtig coole Ernährungs-Challenge entwickelt. Die gilt vier Tage lang. Und da wartet an Tag drei ein Ernährungsplan auf dich. Und da sind eben auch die Arbeitsblätter. Du erinnerst dich, hatten wir ja schon erwähnt dabei. Und da kannst du dich in den Shownotes anmelden. Und wir freuen uns dann auch, wenn du dich dann da anmeldest. Und diese Ernährungs-Challenge beinhaltet alle Tipps, die wir gerade genannt haben. Quasi kannst du da im Autopilot diese Tipps anwenden. Weil du kriegst nicht nur einen Ernährungsplan, sondern eben auch eine komplette abhagbare Einkaufsliste. Das heißt, du musst nicht mehr durch die Gänge, Irren und Zutatenlisten studieren. Weil das haben wir für dich übernommen. Du bekommst drei perfekte Mealprep-Tage. Sprich Gerichte, Rezepte, die du wirklich schnell und einfach mit wenigen Zutaten, die du überall bekommst, das ist auch immer ganz wichtig, von uns bekommst. So, das waren jetzt unsere Tipps gegen Heißhunger auf Süßes oder auch präventive Maßnahmen, um dem Heißhunger auf Süßes, ja eben, wie gesagt, vorzubeugen. Und wir hoffen, dass es dir gefallen hat, dass du was mitnehmen konntest. Und abonniere auf jeden Fall gerne uns auf Spotify oder Apple Podcast, unserem Podcast. Schreib uns eine Bewertung, darüber freuen wir uns immer mega doll. Da hüpfen wir hier immer auf und ab. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, hab einen schönen Tag oder Abend. Oder wann auch immer du das hörst. Und dann sagen wir... Tschau!